Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier, wo sich die Welt heute trifft. Meet the World. Wir haben im letzten Jahr gemeinsam mit unserer tollen Außenwirtschaftsorganisation 2.500 meist kleine Betriebe in den Export gebrannt. Sie sind in vielen Bereichen Europameister, Weltmeister in den Nischen, Marktführer, dass wir gemeinschaftlich mit dem Wirtschaftsressort, der Wirtschaftskammer Österreich und mit Ihnen diese großen Exporterfolge feiern. Vielen Dank.